heute machen wir mal hier was ganz besonders schönes von nämlich samstag nachmittag und ich habe schon gedacht ich ziehe mir mal meine fäden selber hier ein bisschen ran so um dass ihr auch mal wer ein bisschen was besser davon sieht der manche wird jetzt sagen das ist ja unverantwortlich aber mein name ist brem ich hab da keine zeit für zum arzt zu gehen jetzt schon raus guck also ist meine rechte hand ihr wisst es das meine linke ja also fäden ziehen auch mal selbst da brauchen wir keine arzt für ja guck schon fertig astrein nichts mehr dran und dr brem muss natürlich mit brille operieren an der eigenen hand mit seiner ungeübten linken also ihr habt gesehen wer sich verletzt muss umschulen auf links also und das machen wir doch mit links dann für zuschauen wir sehen uns im nächsten video wie immer gilt tschüss mal gut schwenkt tot tschüss hör ab und schwenkt dick ab so ihr Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020